Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Halt und wechseln! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben trotzdem heute die Erdfallaufgabe, einen Sportfreund aus unserer ruhmreichen Mannschaft zu beabschieden. Den Hans-Georg Kuckland, kurz genannt Kucki. Wer jetzt seine Töpfe sozusagen an den Nagel hängen will, ganz wird er den Ball aber nicht. Ich dachte, wir hätten ihm schon eine kleine Mini-Golf-Ausrüstung schenken. Ich war ja die letzten Male nicht da beim Zuschauen, vielleicht komm ich da die nächste Mal zum Zuschauen. Das reicht mir, Leute. Das reicht mir, Leute. Komm, Scheiße! Ruhe! Wieder, Mann! Sehr schön! Ganz gut! Ja, Mann! Ruhe! 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 Rauss als Euerbe-Autes Hip-Hates wohnt! Wahnsinn! Ruhe! 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 Dr Ż upgradeame, der Rednerb �ard! Ruhe! Ruhe! neurologisch Victor! Ruhe! 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 zoo wei coums! Ruhe! Ruhe! Karimek! Wer sagt denn? Wie hat er früher auch ein bisschen Dörler geschossen, ne? Aber er muss über die Mauer. Da hat er keine Chance. Wenn wir uns das spielen mit einem 1-zu-1-Kohl entschieden ist, dann geht uns nicht so in Ordnung. Ja, genau. Ich dachte nicht, da war schon mal ein Ball. Na ja. Wir trinken nicht. Dampfer trinken wir. Okay. Thomas? Wir machen nächster weiter, ne? Wie hochkacht hier! Musst du das sein? Heu! 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 Nee, nee. Ich habe auch mehrere Chancen erfolgen. 1-1-2. Heu! Heu! Du hast mich ja dominiert beim nächsten Mal! Heu! 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 Jungs, die Tore müssen wir noch da vorne hin. Nein, lange mal wieder den Tuch geholt. Heu! 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 Lassen wir nicht zu. Mittelfeld brennt da vorne wie ein Gesicht, wo du die Luft hast, Fehlfass, Alibi, Mücken, Mücken, eigentlich der Geil. Tippt sich das Spiel auf die Schlackeplatz hier oben. Oh, eins der ersten Spiele. Arme Köhler, Arme Köhler, da ist der Tor nicht hinten verstopft. Ja, Schlacke. Sie kriegen mal vier Sticks. Wie viel Salat? Das haben wir schon weg. Wir machen erst die Sticks. War ein bisschen. Übrigens können wir auch etwas anziehen, oder? Da liegt es auch noch jetzt. Von Haus, die Ecke? Ne, war keine Ecke, war aus dem Kalbhaus. Ja. Die hatte doch aus dem Spiel. Bei der Ecke oben. Die kamen noch jetzt 20 Zentimeter rüber, da war wirklich... Da kannst du nichts machen. Da war der Wind dagegen. Der Wind war nicht schön. Der Wind, genau. Nee, ich hab gar nicht mit dem Spiel gesehen. Nee. Da bist du auch braun. Aber da war es. Da bist du auch braun. Mit allen gemeckert. Habt du verloren, ne? Der ganzen Tag ist gewendet heute, ne? Nein, morgen. Und verloren haben wir nicht. Da haben die drei Jungs schon dafür gesorgt. Ja, hier. Ein bisschen eher. Aber ich wisse. Leute wollen das wissen. Ja. Der wollte gewinnen heute. Heute wollen wir gewinnen. Der war ja im Chor bei den Alten. Das ist genau so schwach wie im Feld. Das war ein Ecsball. Das war in der Anteil. Oh, 74. Das war ein Ecsball. Und ich glaube 33 plus 33. Nein, danke. Oh ja, naja. Oh ja. Na ja. Na ja. Na ja, na ja. Na ja, na ja. Na ja. Na ja, na ja. Na ja, na ja. Na ja, na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Musik Hahahaha Musik 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 Der Reimer hat das eben in den Sprechen gerufen damals. Unter Reimer. Auf der Zeugdant hier! Ein uhr, 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 ein uhr Guck mal, hier haben wir jetzt schon rechte Hand. Ey, die hässlich. Da ist die ganze Sitz. Das ist die sechste Sitzung. Singmann Tau, singmann Tau, singmann Tau, singmann Tau. Singmann Tau, 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 singmann Tau. Ich hab ein bisschen Angst, Arno. Der kann ja kein Mensch schicken. Jo! Bei Jo ist Jo. Eine Seefahrt ist lustig. Ooooooh! Ay, 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 ay! Ooooooh! O howling! Ooooooh! Untertitelung des ZDF, 2020